hallo leute und willkommen hier bei mi appicat und zu einem ersten blick hier auf ios 14 ja das sieht ja ganz normal aus denkt man vielleicht aber nein wenn ich immer rüberwische und rüberwische hoppla was haben wir denn da das sieht gar nicht mehr so ganz normal aus und das schauen wir uns gleich im detail an erstmal will ich euch kurz erzählen wie groß denn hier der download bei mir war 2,69 gigabyte war der groß vor dem update hatte ich freien 69,17 gigabyte und hinterher 58,32 also da ist einiges weggefressen worden aber hat sich schon gelohnt es gibt eine menge tolle neue funktionen wir fangen einfach mal mit dem offensichtlichen an das sind hier die neuen widgets die wir auf unseren homescreen packen können es gibt immer noch die widgets hier auf der seite die man sich hier einrichten kann wie man das schon kennt sie sehen ein bisschen anders aus aber ansonsten sind sie immer noch da und am start und wir können sie auch dann hier direkt auf den homescreen verschieben aber das tolle neue sind ja die widgets hier und die kann man ganz leicht ich sag mal verschieben wir gehen wir hier auf home bildschirm bearbeiten und dann kann ich hier ihr seht schon die widgets hier herum schieben wie ich das will und hier wird auch alles dann entsprechend angeordnet oder ich kann mir ganz neue hinzufügen sagen wir mal hier da könnte ich doch noch einen rein quetschen gehe oben auf das plus sage ja was hätte ich denn gerne zum beispiel hier eine kalender app ja kann er noch auswählen welche größe hätten wir denn gerne die kleine quadratische die längliche oder hier die ganz ganz große und dann sage ich einfach mal ich nehme die ansicht gehe auf add widget dann habe ich es hier und kann es noch ein bisschen verschieben also hier hat man jetzt viele möglichkeiten wie man hier seinen homescreen noch anpassen kann und endlich ja ein bisschen mehr gestaltungsmöglichkeiten hat und das kann auch wirklich nützlich sein denn gerade für dinge die man öfters benutzt oder wo man die app öffnet um nun mal ganz kurz reinzuschauen das kann man jetzt alles hier über so ein widget dann lösen finde ich ganz cool hier zum beispiel bei dem wetter widget jetzt wollte ich hier das wetter widget zeigen und habe es gar nicht drauf also machen wir es mal ganz schnell drauf wetter wähle ich einmal aus hätte dann hier die drei ansichten zur auswahl sage mir reicht hier die kleine ich will nur wissen wie es aktuell gerade aussieht ohne groß reingehen zu müssen dann habe ich hier meine wetter widget drauf kann natürlich draufklicken bekommen dann direkt angezeigt ja hier die ganz normale app ansicht eben und kann auch mal rausgehen obwohl ich jetzt hier das ist gerade noch ein bisschen buggy wenn ich reingehe steht mein ort wo ich eigentlich bin und wenn ich rausgehe dann steht da cupertino ja da bin ich gerade leider nicht und so kann man das für eine ganze menge machen hier habe ich mal die news hingepackt die podcasts und das hier das ist ein besonders cooles widget das ist das stapel widget das wollte ich nicht das stapel widget das will ich mal kurz hier bearbeiten und dann kann ich hier verschiedene dinge einstellen welche widgets mir hier angezeigt werden in dem widget da kann man nämlich durch swipen ich kann hier einmal die reihenfolge ändern oder noch besser hier intelligentes drehen machen und das sieht dann so aus dass ja siri oder die künstliche intelligenz euch dann je nachdem wie sie lernt was ihr wissen wollt er dann zu gewissen uhrzeiten das anzeigt zum beispiel wenn ihr morgens aufsteht dann bekommt ihr erst mal das wetter angezeigt und dann zur mittagspausen zeit weiß sie mensch da hört er gerne musik da kommt ihr das musik widget rein man kann natürlich auch so einfach durch swipen und dann die einzelnen widgets öffnen beziehungsweise die einzelnen apps öffnen und so ist das ein bisschen intelligent gestaltet hier bei diesem stapel widget finde ich eine coole sache und damit kann man wirklich einiges anstellen so also das sind die widgets richtig richtig cool natürlich alle die android haben sagen jetzt so ach gehen kennen wir schon seit ewigen jahren ja aber wie iphone user wir finden das geil endlich mal was neues also sehr schön gehen wir mal zur letzten seite auf meinem homescreen das ist die hier und ich gehe noch ein zweiter rüber nee das ist die letzte und gehe noch ein zweiter rüber dann komme ich hier in die neue app mediathek da werden die ganzen apps die ihr habt ja gruppiert automatisch gruppiert und angeordnet so zum beispiel gibt es hier einmal die vorschläge ja wo siri denkt mensch hier das sind die dinger die er als nächstes braucht oder eben nach verschiedenen kategorien wie kreativität unterhaltung utilities produktivität und so weiter und man kann die apps dann direkt hier raus starten und öffnen also das sind quasi ordner die man aber nicht noch extra öffnet wenn ihr aber sehr viele apps hier in so einem in so einer kategorie drin habt ihr hier bei spiele dann habe ich hier trotzdem noch so eine ordnerfunktion wo ich dann eben hier meine spiele noch mal in einem extra ordner öffnen kann genauso hier bei social media zum beispiel also da gibt es dann verschiedenste möglichkeiten und wer dann immer noch nicht zufrieden ist und will eine app suchen und findet die vor lauter durcheinander nicht kann hier einmal runter streichen und dann bekommt man all seine apps alphabetisch sortiert angezeigt auch eine coole sache aber davon haben wir ja schon gewusst das ist hier ganz ähnlich zur apple watch gestaltet wie man das machen kann und natürlich kann man einfach auch hier oben nach dem namen suchen von der app twitter zum beispiel und dann wird die direkt gestartet also eine ganz coole sache und besonders hilfreich für solche ich sag mal home screen messes ich bin ja eher so ein ordner fetisch ist wie man hier sieht aber wer jetzt wirklich die ganzen apps auf zehn home screens liegen hat der kann endlich mal ein bisschen aufräumen wenn er das möchte denn man kann komplette home screens einfach ausblenden ich zeige euch wie es geht wir halten hier mal gedrückt kommen dann hier unten in den wiggle modus oder generell in den wiggle modus und tippen hier auf die leiste dann bekommen wir all unsere home screens angezeigt und können hier einfach durch das wegnehmen des häkchens die home screens die wir nicht mehr sehen möchten einfach deaktivieren gehe noch mal raus und jetzt habe ich nur noch meinen einen home screen und dann direkt nebendran meine app mediathek so kann man das gestalten und wenn man die home screens zurück möchte muss ich mal hier auf eine freie fläche drauf kommen noch mal hier unten drauf gehen dann kann ich die einfach wieder aktivieren und habe sie alle wieder da dann zieht das alles nicht mehr so her so vollgestopft und durcheinander aus finde ich eine coole sache auf jeden fall noch mehr optionen um hier ordnung reinzubringen sprechen wir mal über siri denn die haben ganz neues interface bekommen also haltet mal eurem iphone die ohren zu denn ich sage jetzt mal hey siri hallo wie geht es dir grüß dich wie kann ich helfen auch mir geht's gut danke gar nicht im moment es war mir eine freude und natürlich man kann auch drauf tippen und dann blendet sie sich hier automatisch wieder aus und wenn man nicht mehr reagiert dann blendet sie auch automatisch aus finde ich eine sehr schöne sache hey siri wie das jetzt nicht mehr den ganzen screen ein nimmt das interface sondern hier unten nur so dezent eingeblendet wird und auch wenn man irgendwas mal sagt wie starte einen timer für drei minuten dann wird das auch nur noch dezent hier oben eingeblendet das ganze gilt übrigens auch für telefonanrufe da habt ihr auch nur noch so eine große einblendung oben wenn ihr einen anruf bekommt und nicht mehr der ganze screen wird belegt das scheint jetzt hier so ein trend zu sein bei apple auch hier eben mit siri dass die nicht mehr überall ist und dann bei telefonanrufen bekommt ihr nur noch hier das bild angezeigt wer ruft an könnt annehmen und ablehnen auch eine feine sache so den timer den beende ich jetzt aber mal eben und ja das war es erst mal zu siri was sie noch kann sie kann jetzt übersetzen und eine eine sache noch die muss ich euch zeigen denn sie kann jetzt sprachnachrichten aufzeichnen hey siri schicke eine sprachnachricht an nina ok stopp perfekt an schatz senden nein ok ich warte noch mit dem senden das ist natürlich ich sag mal ab ok danke siri danke und tschüss also ihr seht schon jetzt kann man eben auch sprachnachrichten direkt mit siri verschicken und nicht nur text nett 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 und außerdem soll sie auch komplexere fragen beantworten können auch hier in imessage hat sich einiges getan und wir starten mal mit der funktion anpinnen ihr kennt das ja eure konversationen die sind immer so unterteilt dass die aktuellen wo was neues kam die sind ganz oben und da wo ewig nichts war die sind ganz unten dann gruppiert wenn man jetzt aber will das eine weil die besonders wichtig ist für einen immer oben ist kann man die anpinnen einfach hier über streichen dann gibt es hier den pin einmal anpinnen und dann ist das foto immer hier oben und die bekommt dann auch eine nachricht wenn da was neues ist und könnt sofort in die konversation reinkommen also das finde ich eine schöne sache kann man natürlich auch wieder entfernen einfach gedrückt halten und dann auf lösen gehen und dann ist das anpinnen auch wieder erledigt es gibt auch neue memojis ja da ist eins dabei das kann ich euch jetzt nicht zeigen weil es ein iphone 7 ist aber mit mundschutz nase mund bedeckung ja der trend momentan aber es gibt auch neue memoji sticker wie zum beispiel hier die mittleren der fist bump dann hier die umarmung und das erschrockene hand vom mund und ich glaube hier so ein paar andere hier unten die kommen wir auch irgendwie neu vor da bin ich mir aber nicht ganz sicher also neue memojis und neue memoji sticker und siri kann mittlerweile auch übersetzen in andere sprachen und das aus dem grund weil apple sich seine eigene app gebaut hat und die habe ich irgendwo hier auf meinem homescreen platziert ich muss sie nur noch finden meine güte man kann es aber jetzt auch wirklich hier etwas unübersichtlich gestalten ich suche sie einfach und dann habe ich sie auch gefunden die nennt sich übersetzen ja wohl ganz einfach wir gehen mal rein und dann sieht man man hat hier ein sehr einfaches interface man kann hier text eingeben oder auch einsprechen und dann wird von einer sprache in die andere übersetzt ich habe jetzt hier mal englisch zu spanisch wir wählen mal einfach hier das ganze aus und dann seht ihr welche sprachen hier unterstützt werden aktuell da kommen natürlich noch mehr dazu das wäre arabisch chinesisch deutsch englisch französisch italienisch japanisch koreanisch portugiesisch russisch und spanisch ich wähle mal deutsch aus und zeige euch wie das ganze funktioniert wir sagen einfach mal hallo mein freund wie geht es dir heute und dann wird das hier direkt übersetzt und euer gesprächspartner kann dann antworten ein fein thank you und wir bekommen sofort die übersetzung mir geht es gut danke und das besondere hierbei ist alles passiert hier auf dem gerät und die weiß das heißt hier wird nichts irgendwo auf den server geschickt dort übersetzt und wieder zurückgeschickt nein also privatsphäre wird hier wieder mal echt groß geschrieben alles wird hier direkt auf dem iphone übersetzt das finde ich eine richtig gute sache denn man kann es dann auch mal benutzen wenn man irgendwo ist und hat keinen guten empfang und dann funktioniert zum beispiel google translate ja nicht und habe ich auch schon gehabt ihr bestimmt auch und dann konnte ich nicht übersetzen obwohl ich einen guten übersetzer dabei habe hier in meiner hand und hier kann das eben nicht passieren alles direkt auf dem gerät coole sache natürlich benutzt habe ich die noch nicht viel aber so vom reinen interface sieht sehr simpel edel und gut aus was ich auch mega gut finde freunde ist der neue bild in bild modus ich zeige euch das mal kennt man ja schon vom ipad zum beispiel die starte hier einfach mal ein video ton runter sonst gibt es hier wieder stunk und das video läuft ich würde gern was anderes machen ich will mal kurz meine e-mail schauen ja einfach mal schließen und wir bekommen hier den bild in bild modus und dann kann ich das bild hier auch rumschieben ich kann die größe ändern und kann es dann mal hier in die ecke schieben da in die ecke schieben die größe wieder anpassen oder mal ganz aus dem bild rausschieben der ton läuft dann natürlich im hintergrund weiter und man kann weiterhören kann hier seine verschiedenen apps einfach mal benutzen und dann einfach das bild wieder reinziehen also ihr seht schon eine echt coole sache das werde ich auf jeden fall verflixt viel benutzen in zukunft finde ich richtig richtig gut denn ich lasse gerne mal im hintergrund was laufen und macht da noch was guck mal die e-mails durch oder so und will nicht die ganze zeit nur hier das bild dann quasi mehr anschauen und kannst iphone für nichts anderes nutzen super coole sache hier die bild in bild funktion und tschüss ihr könnt euer iphone jetzt auch als autoschlüssel benutzen da gibt es die neue funktion car key die soll in der apple wallet drin stecken und dann könnt ihr ja euer neues auto es muss schon ein neues auto sein aktuell wird nur ein auto unterstützt das ist glaube ich ein neue bmw 5er den es noch gar nicht auf dem markt gibt und dann kann man dort quasi den autoschlüssel hinterlegen und bammt dann einmal das auto an die tür öffnet sich das iphone legt man dann dort in eine ladeschale rein und dann kann man das fahrzeug starten ja das ist der neue digitale autoschlüssel der dann wahrscheinlich von immer mehr herstellern auch genutzt wird und was hier noch cool ist ihr könnt dann überall message auch so einen autoschlüssel verschicken zum beispiel an eure kinder oder an ganz jemand anderen der man mit dem auto dann fahren soll man kann glaube ich auch zeitlich festlegen von wann bis wann der gilt oder man kann auch verschiedene limitierungen festlegen zum beispiel wenn ihr das in eure kinder schickt und ihr sagt schneller als 100 fährst du aber nicht kann man das dort einstellen so habe ich das ganze mal verstanden also eine ganz coole funktion aber für mein altes auto ist das leider nichts mehr auch in der karten app von apple gibt es jetzt hier was neues und zwar kann man sich jetzt hier ja navigieren lassen zu verschiedenen punkten das ist ja nicht neu aber man kann sich jetzt auch extra so navigieren lassen dass man fahrradrouten angezeigt bekommt und dann ja hier speziell über fahrradwege gelotst wird und dann wird angezeigt hier musste man über die stufen drüber das fahrrad hochheben und so weiter also neue fahrradnavigation gibt es aber noch nicht in vielen städten das wird nur nach und nach ausgerollt in san francisco gibt es das ganze schon und in ein paar anderen städten in amerika also in den vereinigten staaten bei uns kommt das wahrscheinlich erst in zwei jahren oder so aber generell da ich gerne fahrrad fahrer und viel fahrrad fahre finde ich das eine richtig coole sache was auch neu ist ist die wie navigation also electric vehicle man kann also extra routen planen und dann wird automatisch mit einkalkuliert wo ihr ladestopps machen müsst mit eurem auto damit ihr auch problemlos ans ziel ankommt und dann werden eben die ladestation damit in die routen rein kalkuliert auch eine sehr coole sache finde ich gut tja reden wir mal über die neuen mini apps die es jetzt gibt und das sind die app clips mein gott ich finde mich hier gar nicht mehr zurecht so da wollte ich hin in den app store das sind die app clips das ist quasi ja von einer app eine mini app die darf maximal zehn megabyte groß sein und ist für folgende szenarien zum beispiel gedacht stellt euch vor ihr seid in einer fremden stadt wollt euch mal ein ebike mieten wollt euch aber nicht die ganze app runterladen von dem ebike vermieter ich anmelden und 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 das ganze prozedere machen dann könnt ihr einfach so einen app clip zum beispiel benutzen das funktioniert so dass man einen qr code scannt mit der kamera oder dass man per nfc einfach einen nfc tag einmal ja wie heißt das ausliest oder man kann sowas per imessage geschickt bekommen oder sich aus dem web ziehen und dann wird eben dieser app clip diese mini app einer app sofort gestartet ohne installation und kann sofort genutzt werden ohne dass man da großen schnickschnack betreiben muss finde ich sehr interessant bin aber auch mal gespannt wie sich das jetzt hier im alltag dann so schlagen wird ob das wirklich so praktisch ist ob das so gut funktioniert ob man nicht doch irgendwie sich anmelden muss man kann obwohl man muss sich anmelden das kann man aber mit der apple anmelde methode machen und dann dinge direkt mit apple pay auch bezahlen also da wird wieder alles aus eigener hand geholt und in ein paket reingepackt das ist typisch apple aber deswegen funktioniert es ja auch meistens ziemlich gut sowie nähern uns langsam dem ende des videos freunde ich habe hier noch den geekbench laufen lassen geekbench 4 und geekbench 5 ich habe selbst noch gar nicht reingeschaut habe ich nämlich vor der arbeit noch alles mal gestartet und das hier ist der geekbench 4 hier oben haben wir die aktuellen werte ios 14 unten drunter ist noch ios 13 und wir sehen wir haben im single core einen anstieg von 3358 auf 3571 das ist ordentlich und im multicore von 6044 auf 6109 und ich glaube 100 hatte ich im multicore also 6100 hatte ich hier noch nie gehabt bei all meinen messungen oder ne wirklich noch nie also im multicore hier ein absoluter rekord für ios 14 mensch das ist ja ja mal eine gute sache schauen wir mal weiter was sagt denn der geekbench 5 dazu bestätigt er das ganze ups da haben wir schon die werte gesehen obwohl kann man ja mal reinschauen das sind sie auf dem iphone 7 natürlich gemessen 715 im single core und 1403 im multicore score und das heißt im vergleich zur letzten beta von ios 13 ja im single quasi keine veränderung und im multi ja minimal weniger also da sind sie sich ein bisschen uneinig hier die beiden geekbench versionen aber so von der reinen nutzung kann ich schon mal sagen läuft das hier super super flüssig ihr seht schon auch diese animationen hier wenn die ordner sich öffnen und wenn ich hier rüber swipe das klappt alles richtig richtig flüssig und ohne ruckler ohne irgendwelche probleme bisher finde ich sehr sehr gut und was ich auch sehr gut finde ich habe es noch gar nicht erwähnt welche geräte unterstützt werden bei den iphones geht es ab dem iphone 6s und aufwärts ja ein fünf jahre altes gerät bekommt noch ios 14 dafür gibt schon mal den daumen hoch und bei den ipads da muss ich mal eben kurz hier nachlesen geht das ganze ab dem ipad 5 dem ipad air 2 und auf allen ipad pro modellen und bei den kleinen ipads ab dem ipad 4 und aufwärts also da werden massig geräte unterstützt ja freunde und das wäre es gewesen das war so der erste grobe rundgang natürlich steckt hier noch viel viel mehr drin insgesamt hat apple gesagt 250 änderungen stecken hier drin aber die schauen wir uns alle mal bei gegebener zeit nach und nach an in den nächsten betas die rauskommen das hier war mal so der erste grobe rundgang durch das ganze konstrukt ios 14 und ich finde endlich mal wieder ein relativ aufregendes update finde ich zumindest wo sich mal was tut vor allem dass sich hier mal optisch was tut also eine echt coole sache ich freue mich auf alles was da noch kommt und ja bedanke mich erst mal fürs zusehen freunde und sage tschüss bis zum nächsten mal euer mi apple cat macht's gut